Hallo und willkommen zu meiner Decke Bonny. Wir starten jetzt den Teil 4. Ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Runde 40. Starte links im Herz neben dem roten Marker. Die erste Masche ist eine stehende Masche und zwar im Herz drin sind diese zwei Maschen und in der rechten Masche starten wir. Also, eine feste Masche und noch eine feste Masche. Jetzt arbeiten wir weiter feste Maschen, und zwar vier Stück. Eins, zwei, drei und vier. Und jetzt verbinden wir die Schlaufe hier am Herz, diese Schlaufe, also die Eckschlaufe praktisch, und die Masche mit beiden Maschengliedern. Also hier nur die hintere Schlaufe und die hier zusammen. Dann arbeiten wir eine feste Masche. Und eine weitere Masche, dann haben wir acht, dann haben wir einen Rapport. Okay, ich zähle immer dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die siebte Masche ist die Schlaufe im Herz, also in dem Herzbogen, und dann acht ist die letzte Masche vom Rapport. Und dann wiederholen bis zum gelben Marker. So, jetzt sind wir am gelben Marker. Jetzt arbeiten wir zwei feste Maschen. Im Herz, dann nochmal eine feste Masche. Und jetzt arbeiten wir drei vorderen Reliefstäbchen um diese drei vorderen Reliefstäbchen. Zwei. Am Popcorn ist ja keiner, also dann die nebendran. Drei. Dann verbinden wir wieder die Schlaufe von der Masche und die hintere Masche, praktisch unsere siebte Masche, wieder in beide Maschenglieder hinten. Und eine feste. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann geht es weiter mit vier festen Maschen. Zwei ins Herz. Dann nochmal zwei. Dann zwei vorderen Reliefstäbchen. Das hier ist die Masche. Also wir nehmen ja die hier und die. Und dann verbinden wir wieder diese Seitenmasche mit der hinteren und den beiden Maschenglieder und eine feste Masche. Dann haben wir auch wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die siebte geht durchs Herz, also durch den Bogen und acht. Jetzt geht es wieder weiter mit dem normalen Rapport. Von acht Maschen, wieder wie gehabt, bis zum rosa Marker. So, jetzt sind wir am rosa Marker. Jetzt geht es weiter wieder mit drei festen Maschen. Drei vorderen Reliefstäbchen. Jetzt wieder die Popcorn. Die ist ja übersprungen. Die nehmen wir nicht. Dann haben wir wieder sechs Maschen. Die siebte geht wieder hier und hier durch. Und die achte ist die letzte Masche vom Rapport. Dann geht es weiter. Wieder mit drei Maschen. Eins, zwei, drei. Und wieder drei vorderen Reliefstäbchen. Eins, zwei und drei. Dann wieder die seitene Masche mit hinten verbinden. Und eine feste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und dann bitte weiter mit dem Rapport mit acht Maschen bis zum roten Marker. So, jetzt sind wir am roten Marker. Da arbeiten wir jetzt drei feste Maschen. Drei vorderen Reliefstäbchen. Zwei, zwei, drei. Eine feste Masche mit dem Herz verbinden. Und eine feste Masche. Und jetzt dasselbe gerade nochmal. Drei feste Maschen. Drei vorderen Reliefstäbchen. Masche sieben mit hinten verbinden. Eine feste Masche. Und eine Kettmasche in die erste stehende feste Masche. Die erste Masche ist eine stehende Masche. Und zwar ein stehendes halbes Stäbchen. Und zwar ein Reliefstäbchen um das rechte, um den rechten Herzbogen. Die halben Stäbchen hier rum ein bisschen fester machen. Und die kann man dann auch noch ein bisschen in Form bringen. Also wir starten mit einem halben Stäbchen über dem Herzbogen. Und das kann man dann ein Stückchen zurückschieben. Dann ist es schöner in Form. Also ein halbes Stäbchen. Zwei Stäbchen in die Reliefstäbchen zwischen dem Herz. Und ein halbes Stäbchen an den anderen Bogen. Auch wieder ein bisschen fester machen. Und ein bisschen in Form bringen. Dann zwei vordere Reliefstäbchen rechts vom Popcorn. Und jetzt arbeiten wir eine Zunahme. Und zwar über dem Popcorn in die Masche. Hier unten drunter. Und hier machen wir ein doppeltes vorderes Reliefstäbchen um die Masche hier drunter. Und die schön locker machen, dass sie bis oben hin reicht. Dann arbeiten wir zwei vordere Reliefstäbchen links vom Popcorn. Und das ist unser Rapport. Also jetzt haben wir neun Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bis zum roten Marker wiederholen wir das jetzt. So, und an den Freestyle-Punkten arbeiten wir immer über die vorderen Reliefmaschen. Über die schwarzen eine feste Masche ins hintere Maschen geht, aber um die anderen Maschen vorderen Reliefstäbchen. Und in die Mitte auch wieder das doppelte, äh, das doppelte vorderen Reliefstäbchen. Also jetzt am schwarzen Punkt. Eins, zwei, drei, vier, rechts vom Popcorn. Fünf, sechs, ein doppeltes Reliefstäbchen übers Popcorn. Sieben, acht, zwei, äh, brauchen wir ja links vom Popcorn. Und neun. Eins, zwei, drei, vier, rechts vom Popcorn sind die zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun, sieben, acht und neun. Und wieder weiter. Ein halbes Stäbchen. Hier haben wir ja jetzt keine, äh, lilanen Maschen, dann nehmen wir die Spatten von unten. Na, wenn's denn will, ne? Die, äh, lilanen Maschen, dann nehmen wir die Spatten von unten, neun, sieben, 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 sieben. Die, äh, lilanen Maschen, sieben, 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 also in die schwarze hinteren Maschenglid, Doppelstäbchen, über die Masche vom Popcorn, und zwei links vom Popcorn, eine feste und eine hier drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dann geht es weiter bis zum nächsten Marker, und hier dann auch wieder, wir haben zwei rechts vom Popcorn, und zwei links vom Popcorn, wenn jetzt hier aber nur eine links vom Popcorn ist, weil wir in der Vorrunde hier nur die 3 hier zwischen reingemacht haben, und dann arbeiten wir hier ein vorderes Reliefstäbchen drüber, und natürlich in die Mitte wieder das Doppelstäbchen, das vordere, das doppelte Reliefstäbchen. Hier dann genauso, hier haben wir dann eins hier, eins oben rein, das doppelte Vorderreliefstäbchen, wieder eins oben rein, eine feste Masche, und hier wieder eins. Und hier dann dasselbe, ne? Hier haben wir auch wieder zwei rechts vom Popcorn, zwei rechts vom Popcorn, das vordere Relief-Doppelstäbchen, dann zwei links vom Popcorn, da haben wir nur die eine feste Masche, und hier das vordere Reliefstäbchen. Hier dann auch. Mal wieder neun Stück haben, ne? Okay. Dann bis zum Ende der Runde, und dann eine Kettmasche in die erste stehende Masche. So, Runde 42 und hellgrau. In Runde 41, ihr könnt ja dann die Herzchen schön so ein bisschen in Form bringen. Ein bisschen das zurückschieben. Runde 42 ist wieder eine Entspannungsrunde, da starte ich in einer x-beliebigen Masche mit einer stehenden, festen Masche, eine Runde feste Maschen ins hintere Maschenglied, am Ende eine Kettmasche in die erste stehende Masche und vordenabschneiden und durchziehen. Runde 43 und schwarz, starte links im zweiten Herz, neben dem gelben Marker, erste Herz, zweite Herz, im rechten Herzbogen. Der Rapport hat neun feste Maschen, das hintere Maschenglied, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann bist du wieder am Ausgangspunkt und jetzt jeweils Sätze mit neun festen Maschen wiederholen bis zum rosa Freestyle-Punkt. So, jetzt am rosa Punkt arbeiten wir neun vordere Reliefstäbchen. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, und neun und der nächste Rapport hat acht vordere Reliefstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und weiter geht's mit der letzten Masche, neun und dann sind wir wieder über dem Herzbogen. Dann geht's wieder weiter mit neun festen Maschen. 4, 5, 6, 7, 8, und neun und wieder weiter bis zum roten Freestyle-Punkt mit dem roten Marker. Jetzt sind wir am roten Marker, der Rapport hat auch wieder neun Maschen, halt jetzt hier nicht nur feste Maschen, sondern auch Reliefstäbchen, ne, wieder wie vorher auch. Wir arbeiten, wir sind hier über dem Herzbogen, über dem rechten, arbeiten vier feste Maschen. 2, 3, 4, und fünf vordere Reliefstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, haben wir wieder neun Maschen, ne? Dann arbeiten wir sechs vordere Reliefstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, und sechs. Dann arbeiten wir in die nächste Masche, eine feste Masche. Ein vorderes Reliefstäbchen, eine überspringen, eine feste Masche, haben wir wieder unsere neun. Dann geht's wieder weiter mit neun festen Maschen, hinter dem Maschenklick bis zum nächsten Marker. Jetzt sind wir am gelben Marker, da arbeiten wir drei feste Maschen. 1, 2, 3, 3, 3 vordere Reliefstäbchen. 1, 2, 3, 3, 3 überspringen, eine feste Masche, ein vorderes Reliefstäbchen, eine überspringen, eine feste Masche müssten wir wieder neun haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 feste Maschen 1, 2, 3 4, 5, 3 vordere Reliefstäbchen 1, 2, 3 eine feste Masche 3 überspringen 1, 2, 3 überspringen eine feste Masche und eine Kettmasche in die erste stehende Masche Runde 44 und Lila starte in einer x-beliebigen Masche arbeite vordere Reliefstäbchen um die Reliefmaschen und feste Maschen ins hintere Maschenglied über alle schwarzen Maschen also über alle schwarzen vorderen Reliefmaschen Du kannst mitzählen den Rapport wenn du magst es sind immer noch neun Stück pro Rapport dann suchst du dir einen festen Punkt aus jetzt zum Beispiel hier die die Mittelmasche hier vom Popcorn 1, 2, 3 5, 6 7, 8, 9 und hier dann bitte weiter mit vorderen Reliefstäbchen 1, 2, 3 4 5 7, 8, 9 einmal außenrum vorderen Reliefstäbchen über die Lila landen feste Maschen ins hintere Maschen über die Freestyle in schwarz am Ende eine Kettmasche in die erste stehende Masche 45 und weiß starte mit einem stehenden halben Stäbchen in einer x-beliebigen Wiederholung in einer Masche über über einem Popcorn also in der hier eine ein stehendes halbes Stäbchen dann überspringen die eine Masche und arbeite 17 feste Maschen immer ins hintere Maschenkleid und nach 17 Maschen bist du dann wieder über einem äh über der Masche über dem Popcorn da arbeite wieder ein vorderes Relief halbes Stäbchen eine überspringen 17 weiter 17 weitere feste Maschenkleid ins hintere Maschenkleid bis zum Ende wiederholen und dann die Kettmasche in die erste stehende Masche Runde 46 und schwarz ähm ein Rapport hat jetzt 18 Maschen also von einem halben äh Reliefstäbchen von einem halben vorderen Reliefstäbchen in weiß bis zum nächsten sind es 18 Maschen äh und dann starte im vorderen Relief halben Stäbchen ähm zwischen dem rosa und dem roten Marker und hier arbeite 18 feste Maschen ins hintere Maschenglied von vorderen Relief halben Stäbchen bis zum bis zur letzten Masche und dann geht's weiter im nächsten Rapport nochmal ähm 18 feste Maschen ins hintere Maschenglied jetzt sind wir am roten Marker und arbeiten sechs feste Maschen also im neuen Rapport 1 2 3 4 5 6 jetzt arbeiten wir 12 vorderen Reliefstäbchen 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 jetzt eine feste Masche also die 12 überspringen wir jetzt und eine feste Masche über das vordere Relief halbe Stäbchen ins hintere Maschenglied ne dann vier vordere Reliefstäbchen 1 1 2 3 3 und 4 dann müssen wir natürlich vier Maschen überspringen 1 2 3 4 und dann drei feste Maschen 3 3 dann wieder drei vorderen Reliefstäbchen dann wieder drei vorderen Reliefstäbchen 3 wieder drei überspringen 1 1 2 3 und sieben feste Maschen 1 2 3 4 5 6 7 jetzt geht's wieder weiter mit 18 festen Maschen von einem bis zum nächsten Rapport zwischen den zwei vorderen halben Reliefstäbchen 2 mal also hier ein Rapport und dann noch einer und dann sind wir am gelben Marker so sind wir am gelben Marker jetzt arbeiten wir fünf feste Maschen 1 2 3 4 5 5 10 vorderen Reliefstäbchen 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 10 jetzt zwei vorderen Relief Doppelstäbchen etwas tiefer 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 Und vier. Dann überspringen wir wieder. Vier. Und arbeiten 13 feste Maschen. Mit ein 10er Maschenklick natürlich. Sieben, acht, neun, zehn. L, zwölf und dreizehn. Und ziehen wir wieder am Ausgangspunkt. Dann arbeiten wir zweimal wieder die 18 festen Maschen. Im Rapport. Hier und hier. Und dann ziehen wir am rosalen Marker. Jetzt ziehen wir am rosalen Marker. Da arbeiten wir sechs feste Maschen. Zwölf vor der Lebstäbchen. Drei, fünf, zehn, acht, neun. Zehn, elf und zwölf. Überspringen wir wieder die zwölf Maschen. Eine feste Masche ins hintere Maschenklick. Zwei vorderere Lebstäbchen. Dann überspringen wir wieder die zwei und 15 feste Maschen wieder bis zum nächsten Punkt. Zum halben Stäbchen hier dann eine Kettmasche in die feste Masche und Faden abschneiden und durchziehen. Okay, Runde 47 und Lila. Also die schwarzen Flecken, die werden jetzt kleiner. Also die sind jetzt der breiteste Teil erreicht. Die werden jetzt kleiner, mehr, mehr, werden jetzt schmaler mit den schwarzen Flecken. Und versprochen, wenn die schwarzen Flecken fertig sind, dann wird es wirklich einfacher, weil dann haben wir nur ganz normale Wiederholungen und ohne diese, diese extra Flecken. Wir arbeiten jetzt immer in der Mitte von dem Herz, da haben wir ja immer diese, diese zwei Maschen und immer in die Schlaufe arbeiten wir eine Zunahme. Und es ist völlig egal, ob das Herz, ob das Lilane Maschen sind über dem Herz oder ob das eine schwarze Masche ist, also bei den Freestyle-Punkten ist völlig egal. Also auch bei den Freestyle-Punkten dann hier in die Lilane Masche, in die Schlaufe, arbeiten wir dann eine Zunahme zwischen den zwei Maschen über einem Herz. Über den halben vorderen Reliefstäbchen, also diesen weißen Punkten hier, die Masche oben drüber, die schwarze, da arbeiten wir auch immer eine feste Masche rein. Okay, starte am gelben Marker, links davon, in dem vorderen Relief halben Stäbchen, also in der schwarzen Masche oben drüber, arbeite eine feste Masche. Eine stehende feste Masche ist die erste. Jetzt arbeiten wir vier vordere Reliefstäbchen. Eins, zwei, drei, 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 vier. Und jetzt sind wir in der Mitte vom Herz, ne? Jetzt arbeiten wir hier in die Schlaufe eine Zunahme. Jetzt arbeiten wir weiter, neun feste, äh, vordere Reliefstäbchen. Eins, zwei, natürlich das unten drunter, ne? Dann hier ist die Schlaufe, dann gleich das unten drunter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und neun. Jetzt sind wir wieder in der Mitte von einem Herz, arbeiten wieder eine Zunahme in die Schlaufe. Und wieder vier vordere Reliefstäbchen. Und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Dann überspringen wir alle Maschen, arbeiten wieder eine feste Masche. Die hintere Maschen geht in die schwarze Masche über dem vorderen Relief halben Stäbchen in Weiß. Und das wiederholen wir jetzt bis zum nächsten vorderen halben Reliefstäbchen in Weiß. Na, also, immer zwischendrin in die Schlaufe eine Zunahme. Hier. Und hier. So, jetzt sind wir am rosa Marker. Und dann wieder eine Masche über das vordere Relief halben Stäbchen in Weiß. Und dann vorderere Reliefstäbchen über die Reliefstäbchen. Und hier haben wir ja schon schwarz gemacht. Dann machen wir jetzt auch vorderere Reliefstäbchen drüber. Und jetzt sind wir aber wieder am Mittelpunkt von einem Herzen, ne. Also muss hier unbedingt die Zunahme rein. Und dann aber auch die unten drunter nicht vergessen. Weil hier, die darf man ja nicht vergessen, ne. So, dann geht's wieder weiter mit festen Maschen. Über die schwarzen, also immer über die schwarzen vorderen Reliefstäbchen, die Freestyle-Punkte, feste Maschen. Und wichtig, im Herz, wieder im Mittelpunkt, dann nehmen wir die lilanen Masche hier unten drunter, eine Zunahme. Und weiter mit festen Maschen. Jetzt haben wir dann in jedem Rapport zwei Zunahmen, weil wir ja zwei Herzen haben in jedem Rapport. Dann müssen wir also 20 Maschen haben. Von vorderen Relief halben Stäbchen in Weiß bis zum nächsten vorderen Relief halben Stäbchen in Weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20. Dann geht's wieder weiter, ne, bis zum nächsten, also 1, 2, 3 und 4. Dann haben wir hier noch eine, dann sind wir wieder im Herzen, ne, also wir haben die eine Masche, dann haben wir vier Maschen, dann haben wir eine Zunahme, dann haben wir wieder neun Maschen, dann haben wir wieder eine Zunahme und wieder vier Maschen. Dann geht's wieder weiter mit einem ganz normalen Rapport, wie gerade eben gesagt. Dann hier auch wieder, und wirklich ganz wichtig, die Zunahme immer in der Mitte vom Herz. Und über die schwarzen Freestyle-Maschen eine feste Masche ins hintere Maschenglid und auch hier dann in die Schlaufe hier rein. Und hier über dem Herz in die Schlaufe, okay, also das müsste schon klappen, ne? Okay, am Ende dann eine Kettmasche in die erste stehende Masche und Faden abschneiden und durchziehen. So, das war jetzt Teil 4, ich hoffe ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Teil. Tschüss!